Ja, natürlich, aber das Budget mit den Mannschaften, die wirklich um die Titel spielen, ist der SKN noch ein richtiges Stück entfernt. Und ohne diese massive Budgeterhöhung wird es in den nächsten Jahren auch keine Chance geben, um den Aufstieg mitzuspielen. Im Gegenteil, und das formuliere ich jetzt bewusst etwas härter, denn mir liegt der SKN natürlich nach sieben Jahren Arbeit auch noch etwas am Herzen. Ich sehe die Gefahr, dass der Verein auch teilweise von der Führungscrew komplett an die Wand gefahren wird. Und da muss jetzt schleunigst Einigkeit her, da muss schleunigst ein Ziel definiert werden. Ja, weil der Verein jetzt eher, auch wieder hart formuliert, wie eine Chaos-Truppe wirkt und nicht wie ein gut geführter Verein, der klare Strukturen hat, der Ziele hat, die dann evaluiert werden. Und ich hoffe bald, dass da wieder Ruhe einkehrt und dass es auch gelingt, Führungsqualität nicht nur durch Aktionismus, durch High and Fair zu leben, sondern auch durch gemeinsame, erarbeitete Ziele, die dann evaluiert werden und dann auch wirklich realistisch angegangen werden.